Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo mit mir, der Annika, weil ich wollte ein wenig darüber mal reden, was so in nächster Zukunft kommen wird und warum es zurzeit vielleicht so wenig kommt. Also für mich kommt das zumindest ein bisschen wenig vor. Ich bin dort anderes gewöhnt von mir selbst, also von der Videoanzahl her. Und ich wollte einfach nur mal ein bisschen drüber quatschen, weil irgendwie gefühlt haben sich die letzten Wochen für mich eingeführt wie Jahre. Aber ist immer komisch, man sagt ja mal, die Zeit vergeht so schnell. Irgendwie die letzte Zeit, keine Ahnung, ist die gar nicht mal so schnell vergangen. Und ja, zurzeit läuft ja nur Far Cry 5, was mir auch unglaublich viel Spaß macht, aber da komme ich auch nicht immer regelmäßig dazu. Das passiert oft, dass da auch mal ein Tag was ausfällt. Und so lange da kommt es zum Beispiel zurzeit überhaupt nicht. Und ich habe noch mal wieder ganz viele andere Sachen, die ich gerne aufnehmen möchte. Am ersten, nee, kommt das, ich weiß gar nicht, kommt das am 1. Juni raus? Am Anfang Juni kommt auf jeden Fall Vampire raus, das Spiel von Dot Not, also den Life is Strange-Machern und Schrägstrich Remember Me-Machern. Und das ist ja auch schon ewig immer nach hinten verschoben worden und kommt jetzt endlich raus. Ich freue mich sehr. Das werde ich natürlich auch aufnehmen. Und ja, in der letzten Zeit war einfach nur ein bisschen zu viel los. Also, da, oh Gott, meine Mutti musste nochmal ins Krankenhaus, das war los. Leider, leider ist mein, meine, mein Connychen, mein Date ist leider gestorben. Und das war auch richtig blöde. Also, nicht nur, ne, also klar, diese Datsun war richtig scheiße. Und es war aber halt auch blöd für mich aufzunehmen. Das habe ich bei Far Cry 5 gemerkt. Das guckt ja nicht jeder Far Cry, aber da habe ich das auch gesagt, dass ich mit, ich habe zwischendurch richtig gemerkt, wie ich einfach still war, wie ich einfach so in mich gekehrt war, so. Und über irgendwelche Sachen nachgedacht habe. Und das hat mich wirklich unglaublich doll mitgenommen. Und das geht bei Far Cry immer noch, weil Far Cry ist so, so, keine Minute Pause dort, passiert immer irgendwas. Aber ich konnte einfach um Gottes Willen, ich hätte keinen Long Dark aufnehmen können oder irgendeinen Walking Simulator oder irgendein Story Game. Das hätte nicht um Gottes Willen. Also, beim Story Game wäre ich sowieso irgendwie raus gewesen, wenn irgendwas Trauriges passiert wäre. Deswegen habe ich das alles so ein bisschen pausiert und erst mal versucht, um mich zu kümmern. Und dann kommen immer noch ein paar andere Sachen dazwischen, so alltägliche Sachen. Zum Beispiel kam jetzt dieses Wochenende dazwischen, familienmäßig ein bisschen beim Renovieren und Möbel aufbauen zu helfen. Und das sind aber so Sachen, die mich so rausreißen. Und ich schaffe das dann einfach nicht irgendwie aufzunehmen. Und ich will mich ja auch nicht zwingen, dann an einem bestimmten Tag zu sagen, oh, heute musst du aufnehmen, auch wenn du eigentlich gar keinen Bock hast. Das mache ich halt einfach nicht. Deswegen, ja, wollte ich nur sagen, keine Angst, es kommt schon noch was. Ich lasse mir auch was bei so Long Dark einfallen, weil, ja, es wäre ja mal schön, wenn die dritte Episode rauskommen würde. Das wäre ja nicht schlecht. Aber ich will auch nicht einfach stupide, auch wenn wir immer noch keinen Elch gesehen haben, stupide den Sandbox weiterspielen. Ich glaube, ich werde mal ein paar Herausforderungen machen, die immer noch offen stehen. Und vielleicht kann ich dadurch ein bisschen die Zeit überbrücken, dass endlich mal die dritte Episode rauskommt. Und, ja, wie gesagt, Anfang Juni kommt dann Vampire raus. Und ja, zurzeit ist auch so ein bisschen, abgesehen von Far Cry, mache ich zurzeit doch gar nicht, also spiele ich kaum was an meinem PC, weil ich gehe dann lieber abends auf die Couch, weil ich jetzt eine Switch habe. Und spiele da halt ein bisschen, ein bisschen was an der Switch, ne. Ein bisschen, entweder Zelda oder ein bisschen Stardew Eddy. Das bringt mich halt sehr runter. Oder gucke halt auch mal eine Serie. Manchmal hat man ja so eine Phasen. Und, ja, musste selber ein bisschen Ruhe einfach für mich hin. Das ist halt immer schwierig, wenn dann vielleicht ein oder anderes gewohnt ist, dass jeden Tag ein Video kommt. Aber so ist das halt, ja. Und die Jungs sind, die Jungs haben ja zwischendurch The Way Out gemacht. Und der Petty fragt auch immer, ob wir vielleicht mal mit ihm wieder, weil ja bei Daisy ist auch so viel passiert. Und um Gottes Willen, ja, eigentlich wollen wir ganz viel machen, aber irgendwie schaffen wir nichts. Und mal schauen, mal schauen, wie wir da irgendwie was mal geritzt bekommen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es manchmal so Phasen gibt, wo jeder so für sich so ein bisschen ist. Jeder so ein bisschen so mit sich zu tun hat. Und dann gibt es wieder Phasen, so das ist alles tippitoppi. Und dann schafft man auch vieles. Ich hatte ja kurz mal zwei Folgen Koop mit dem Steffen aufgenommen. Aber das ist halt ein bisschen kompliziert. Wenn hier zwei Leute im Raum sitzen, dann heilt das so. Weil das ist halt ganz normaler Raum. Und hier ist nichts abgedämmt oder so, wie das andere Leute machen. Und, ja, von daher. Aber es war ganz witzig und es war mal ganz cool. Und eigentlich ist es ja auch ganz toll, immer mit den Jungs was aufgenommen zu haben. Deswegen sollte ich denen, vielleicht gucke ich mal, wie ich denen in den Arsch treten kann. Dass wir vielleicht einfach mal ein bisschen bei Daisy reingucken. So nostalgiemäßig einfach mal schauen, was da so passiert ist in den letzten, vierten, zehn Jahren. Oh Gott, oh Gott, dieses Spiel. Und, ja, versuche heute wieder bei Salon Dark dann reinzukommen. Da lasse ich mir halt irgendwas einfallen. Und vielleicht haben wir ja während den Herausforderungen auch das Glück, da ein Elch zu sehen. Und vielleicht kommt der, ich habe manchmal das Gefühl, jede Woche könnte auch der Story-Bodus weitergehen. Aber ich lasse mich halt einfach überraschen. Und dann stürze ich mich dann in Vampire rein. Und wenn ich dann noch das andere Spiel, was ich zurzeit auf der Agenda zu stehen habe, dann vielleicht kann auch sein, dass der Chris hat gefragt, ob der vielleicht Ende Mai vorbeikommen kann. Vielleicht nehme ich dann mit dem auch noch was auf. Wie gesagt, so langsam kommt es wieder ins Rollen. Ich wollte mich halt auch nur dafür entschuldigen, wenn halt nichts kommt. Weil eigentlich ist das nicht so meine Art und Weise. Aber manchmal kommt das Leben dazwischen und das macht da nicht so viel Spaß. Und dann muss man halt ein bisschen auf die Bremse drücken, um irgendwie wieder klar zu kommen. Ich hoffe, dass es euch da draußen sehr, sehr gut geht. Ich finde das irgendwie gerade sehr merkwürdig. Ich sehe mich hier die ganze Zeit selber auf dem Bildschirm. Das ist komisch. Und guckt mal da hinten übrigens. Wartet mal. Das. Oh, oh, das. Nee, wartet mal. Oh Gott, noch weiter. Das. Das bin ich. Das ist eine Karikatur. Oh, oh, oh. Von mir. Das hat jemand gemalt für mich. Das fand ich super, super witzig. Und ja, das ist meine neue Fotowand. Diese ganze Wand besteht nur aus Bildern. Weil ich so viele Bilder hatte, ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dann dachte ich mir, warum Tapete, weil man Bilder haben kann. Ja, das ist alles ganz viele Bilder. Es ist ganz interessant, dass man mal den Raum sieht. Sonst sieht man immer nur diesen kleinen Ausschnitt hier. Ha, hallo. Und vielleicht würde ich einfach mal öfter solche Videos machen. Das wäre vielleicht ja auch mal interessant. Und ja, um euch ein bisschen zu informieren, was so los ist. Und ja, der gute Boom B. Die hatte mir sogar auch schon noch ein Spiel vorgeschlagen. Das heißt The Countdown. Das sieht auch super interessant aus. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass sie sich von der Art so ein bisschen überschneidet mit Vampire. Deswegen wollte ich erst mal mit Vampire, wo es dann jetzt hieß, dass es wirklich rauskommt. Ich habe das, glaube ich, das habe ich im Januar gekauft, das Spiel. Das ist auch komisch. Man kauft Spiele, obwohl man sie gar nicht hat. Seltsame Zeit. Und deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass sich das überschneidet. Ich gucke mal. Sobald mich hier die Motivation packt, dann nehme ich hier alles wieder auf. Und dann wird alles wieder gut, hoffe ich. Ich finde es trotzdem, ich freue mich unglaublich doll, dass es irgendwie trotzdem immer noch so, halt immer, manchmal kommt sogar täglich zurzeit ein Abo rein. Warum auch immer, ich weiß es einfach nicht. Und das freut mich trotzdem sehr. Und auch immer, dass ihr dann die, die, also vielleicht die Kommentare schreibt. Ich freue mich sehr darüber. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen, ich hoffe, hoffentlich sonnigen Tag. Heute ist die Sonne mal wieder draußen. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Ich habe mal wieder fünf Millionen Mal um den heißen Brei herum geredet. Aber ihr wisst schon, was ich, glaube ich, ausdrücken wollte. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen für dieses kleine Infovideo. Und dann sehen wir uns in irgendeiner der hoffentlich bald wieder vorhandenen Projekte. Bis dann. Tschüss.